Hm... ... müssen wir gucken, dass wir den Schatz noch mitkriegen... ... ein Stück weit davor... ... irgendwo hier muss er sein... ... ah, perfekt! Na gut, nochmal 20 Rubine... ... ok... ... wie viele Karten haben wir denn jetzt eigentlich? Wir haben 1... ... 2... ... 3... ... 4... ... wir haben genau die Hälfte... ... äh... ... ok... ... die nächste Triforce Karte ist... ... oh... ... Moment... ... gut, ist auf Präludien... ... ich drücke alles falsch gerade... ... so... ... ach, falsch... ... ... soll eigentlich den Kanon des Sturms spielen... ... aber da landen wir nämlich direkt auf Präludien... ... und machen wir es eben jetzt... ... genau... ... hier runter... ... und hier geht es nämlich gleich zwei Sachen zu holen... ... also einmal eine Triforce Karte und... ... äh... ... noch ein Herzteil... ... werden wir uns... ... natürlich... ... werden wir beides natürlich auch direkt besorgen... ... also einmal eine Triforce Karte und... ... so und zwar standen wir hier kurz... ... ... obwohl wenn wir jetzt auch schon mal hier sind... ... gehen wir noch mal kurz ein bisschen Geld bei Terry aus... ... ja hallo... ... so wir holen uns erst mal zwei Putt-Putt-Früchte... ... ... und vom restlichen Geld wieder ein paar... ... äh... ... äh... ... haben wir keinen Platz mehr? ... sehr gut... ... okay... ... äh... ... genau... ... wenn wir jetzt schon mal hier sind... ... dann können wir noch mal... ... unseren netten Lehrmeister besuchen... ... ich glaube jetzt bringt er uns auch... ... eine neue Fähigkeit bei... ... äh... ... neuer Attacke eigentlich... ... und die Zeit wirklich auch gut nutzen... ... und hier noch mal vorbeischauen... ... aber wir haben sogar 18... ... so... ... jetzt nehmen wir einen Land mit einer... ... neuer Attacke... ... wir brauchen eigentlich nur 10... ... und wir müssen sie ihm schon vorzeigen... ... ... so... ... drücke B... ... sammle deine Kraft... das dann los blablabla. Hier sehen wir es. Und dann will es loslassen. Da machen wir das hier. Große Wirbelattacke. Sehr schön. Allerdings verbaut diese Technik magische Energie. Da müssen wir aufpassen. Ganz ausgezeichnet Maze. Dass ich das noch erleben durfte. Das ist die also die Legendäre. Ich danke dir. Du hast den langjährigen Traum meines Bruders und von mir erfüllt. Ich kann meinen Tränen der Freude kaum unterdrücken. Und dabei glaube ich, Freudentränen seien mir bereits Verlangen versiegelt. Es gibt wirklich nichts mehr, dass ich dich noch lernen könnte. Ich glaube tief und fest daran, dass es dir gelingen wird, Ariel zu retten und mit ihr zurückzukehren. Sehr gut. Haben wir noch eine Attacke gelernt. Ging auch recht schnell. Und jetzt können wir endlich die fünfte Triforce Karte besorgen. So für die fünfte Triforce Karte müssen wir da irgendwo hoch. Genau da hoch müssen wir. So. Wenn wir hier hochgehen, finden wir so einen Steinkopf. Und werfen wir erstmal weg. Und gehen da runter. So. Hier werden wir jetzt eine Menge Spaß haben. Weil hier gibt es nämlich viele Ebenen. Ah, Moment. Wir haben noch ein leeres Gefäß. So. Viele Ebenen, die wir ja nach und nach abklappern müssen. Da sind dann eben auch verschiedene Gegner. Also die tauchen da dann auf. Und wir dürfen sie besiegen. Ich würde sagen, so können wir bleiben. Da steht irgendwas geschrieben. Verwunschener Irrgarten. Jener, der du den goldenen Splitter suchst. Eine Karte zu ihm ruht in den tiefsten Tiefen der Finsternis. Genau. Wir brauchen nämlich so eine Karte. Die bekommen wir auch nur hier unten. Und man sieht, es fängt relativ leicht an hier mit Kleinen Fledermäusen. Ähm, Energie oder sonstiges auch Gold oder sowas hinterlassen die Gegner gar nicht. Also Gold nicht. Rubine sind das genau. Das heißt, wir dürfen alles nach und nach selbst finden. Oh, toll. Also, beziehungsweise, ich glaube, nach allen zehn Ebenen, taucht mal. Äh, ich glaube, so eine Taucht irgendwas auf. Wir bekommen dann irgendwie, keine Ahnung. Was bekommen wir denn? Herzen zum Beispiel oder ein bisschen Rubine oder sonstiges. Tauchen halt Kisten auf. Und wo ist denn der letzte Gegner? Da bist du ja. Sehr gut, es sind recht viele Ebenen. Wie gesagt, es fängt leicht an und wird dann immer schwerer. Sehr schön. Glücksamulett Nummer 20. Was ich jetzt aber noch ein bisschen weiter. Sehr schön, da haben wir jetzt auch schon mal vorgesorgt für die äh, nächste ähm, Triforce-Karten. Ich glaube, jetzt steht uns eigentlich nichts mehr im Weg. Wir können jetzt die nächsten Triforce-Karten einfach so besorgen. Rotes Schleim. Die fürchte Gegner. Wow, einfach nur One-Hit-Gegner. Das ist ja unglaublich. Aber gut, je einfacher es uns gemacht wird, desto besser. Ich will recht wenig Zeit verlieren. So, der letzte. Sehr schön, wir haben bisher noch keine Energie verloren. Es ist noch nicht notwendig, bisher Energie verlieren zu müssen, weil die Gegner nicht sehr stark waren. Der Fledermäuse. Ah, okay. Ich seh schon. Wow. Das war jetzt eine Mischung von zwei Gegnern. Also einmal Fledermäuse und einmal diese kleinen, nervigen, die einfach auftauchen, wenn man sich den Rücken zudreht. Ah, toll. So, das war's auch schon wieder. Oh mein Gott. Das ist ja wirklich nicht so schwer. Ah, okay. Ich seh schon. Wow. Ich hab jetzt wirklich gedacht, dass es schwer wird. Ah, große Gegner. Auch nur zwei Stück. Ah. Na, ich frage mich, warum das so einfach ist. Ich hoffe, es bleibt so. Ich hab eigentlich auch wenig Lust. Ah, wir sehen jetzt auch. Das ist jetzt so eine Art Bonusraum. Oh Gott, wie geil. Wie geil. Kubine. Äh, so eine Art Bonusraum. Das heißt, hier gibt's Energie und... Oh Gott, Rubine. Und Rubine. Normalerweise Energie, aber wir brauchen keine Energie dafür. Deswegen ist eine Rubine sehr, sehr, sehr nützlich. So, das waren jetzt zehn Ebenen. Oh. Ah, verdammt. Jetzt fällig Energie. Bei den Gegnern immer. Ich verliere jedes Mal bei den Energie. So nervige Gegner sind. So, ich hätte sie auch mit dem Enterhaken erledigen können. Also, mit dem Enterhaken heranziehen und dann mit einem Schlag erledigen. Aber gut. Ah, ich dachte eben schon, keine Gegner. Das wäre aber eine Belohnung gewesen. Ah, es fallen noch mehr von euch runter. Jetzt. Vier Stück. Wow. Eine riesen Herausforderung. Na, ich warte, bis die Schleimdinger kommen, die auch mit Donner gefüllt sind. Oh nein, nicht ihr. Warum war das klar, ey? Ey, sag mal, willst du mich jetzt komplett verarschen? Na, ich glaube doch so. Okay, wir haben jetzt ein Herz und ein Viertel verloren. Na, ich treng mich auch nicht besonders an. Ich will einfach nur schnell da runter. Schon wieder hier. Ist aber auch jemanden langweich, wenn man euch so oft hier runter schickt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Ebenen das Ding hat. Ich glaube aber wirklich zu viele. Ah, nicht ihr. Ja, gut, wir haben ja auch ein bisschen viel Energie verloren, aber gut, man soll's. Ich meine, wir hatten ja auch zwölf ganze Herzen, also ich meine, da kann man ein bisschen Energie auch mal verlieren. Okay, nur Gegner, die man mit Wummerang erledigen kann. Erledigt. Oh. Das sehe ich schon. Genau. Komm. Jetzt noch du. Ich kann auch hier rein theoretisch seine ganzen Glücks-Amulette farmen Wenn man einfach mit dem Greifhaken auf die kleinen Gegner geht Hier auf diese hier So Lass mich weiter runter Oh nein Nein, ich bin hier Ich bin hier Ich wollte jetzt die große Wirbel-Attacke benutzen Hat leider nicht so funktioniert Alter, das sind jetzt zwei wirklich lässige Gegner Oh, das muss man die kleinen da nicht noch erledigen Schnell durch Oh, stark Das waren jetzt schon 20 Ebenen Na, es gibt doch Herzen Ich nehme doch lieber gerne das Geld Boah, stark, wie viel Geld da einfach rauskommt So, ich habe jetzt noch 10 Ebenen, dann sind wir bei der Triforce Karte Oh, was Nein Ich war noch gar nicht fertig mit dir Scheiße Scheiße, jetzt habe ich ihn Eis erstarren lassen Ah gut, er stirbt wenigstens direkt danach Ich hasse diese Zauberer, ey Ich hasse sie über alles Egal, noch neun Ebenen sind wir bei der Karte Egal, noch neun Ebenen sind wir bei der Karte Ach, warum Warum Geht doch alle Ha Klar So, wo ist das Problem? Es gab nie eins Wer will jetzt? Schon wieder ihr? Oh Boah, da wäre ich beinahe drauf eingefallen Aha Genau, auf die Gegner habe ich gewartet Die hätten das, aber denke ich, etwas spektakulärer machen können Die haben mich jetzt zwar schon reingelegt Weil ich mir dachte, dass in den Krügen diese Blöden kleinen Gegner sind mit den Schwertern Oder mit den Stöcken War jetzt schon eine Überraschung Aber hätte man trotzdem etwas spektakulärer in Szene setzen können Diese kleinen Oh ne, wie kann man die erledigen? Pfeil und Bogen? Pfeil und Bogen? Pfeil und Bogen? Keine Ahnung Pfeil und Bogen Pfeil und Bogen Wieso, wie viel Ebenen sind's jetzt noch? Ich hab keine Ahnung Hm, abwarten Oh Shit, ich wollte nicht, dass er kommt So, jetzt kannst du kommen Blöder Gegner Wenn es nur einer von den Rittern ist, ist kein Problem Sobald es mehrere sind, so zwei, drei von denen Da habe ich echte Schwierigkeiten Drei von euch nur Oh, ja Was hat man davon, wenn man seine Klappe aufmacht? Nein, nicht auf ihn Auf ihn Gut, das hatten wir auch geschafft Anstrengung pur Oh, toll Und diese Augen, Fuzzis Nein, verdammt So Ich glaube, ich hätte wirklich mitsehen sollen mit den Räumen Keine Ahnung, wie viele es noch sind Zwei von denen Ah, toll Ah, toll Verdammt, ich wollte weggehen Okay, sehr gut, noch der eine hier Erledigt Sehr gut Haben wir es jetzt geschafft? Ja, wir haben es geschafft Ja, wir haben es geschafft So, erstmal Die kleinen Krüge Dann Die ganzen Batzen Geld mitnehmen Jawoll Sind sogar 50er mit dabei Sehr schön, dann sind es über 2000 Gold Perfekt Nein, falsch So Das hier ist die Triforce Karte Sehr gut Ich werde aber natürlich noch hierbleiben Und die Nächsten Äh, Ebenen noch machen Wegen dem Herzteil Weil ich meine, wenn wir schon hier sind Dann machen wir das doch auch Wir können jetzt nämlich nochmal herzukommen Und zwar haben wir hier nämlich Schönes Licht Wir dürfen die Statue da wegpusten Oh, die führt jetzt nämlich weiter runter In die nächsten 20 Ebenen Bis zum Herzteil Und danach gibt es keine Ebenen mehr Deswegen Oh, nein Jeden Gegner, nur nicht euch So, erster wäre dann Oh, das sind mehrere Oh, Gott Ihr seid ja übel drauf, ey Ist halt extrem Aber wenn die so schreien Dann Erschriegt man Und bleibt dann so Erstarrt stehen Wohl, komm Die kann ich auch so erledigen Ich hasse zwar den Schrei Ja Aber sie kommen halt dadurch nicht an uns ran Weil die extrem langsam laufen Oh, da hinten steht noch einer Blöd wird es halt nur Wenn die in Kombination mit anderen Gegnern kommen Dann stehen wir jetzt eben da Wenn die so schreien Und dann sind wir eigentlich ein Ziel für jeden anderen Gegner Aber es war ja klar Dass es herausfordernder wird Hier noch weiter runter zu gehen Oh, warum ihr, ey Ich kann nichts machen Das hasse ich Das ist wieder sowas Was man sich auch hätte sparen können Oh, ich wollte doch mit dem Etterhaken angreifen Hey So wird's gemacht Boah Ich könnte mir vorstellen, dass die auch wieder in Kombination kommen können Mit anderen Gegnern Ah Na gut, es sind ja noch 18 Ebenen Aber 17, keine Ahnung Hier Nein Gut, die gehen ja noch Ja, komm Bleiben wir auch lange genug Versteiner zum Glück Das war's Ja Okay, erst mal nichts Ah Ah Na komm, ich kriege dich auch so Oh, vielleicht zwei Stück. Ich gehe nur noch den einen da. Ja, hier will es nicht hinterher. Ah, sehr gut. Es sind noch so viele Ebenen. Ah, so die Verreiferer. Au. Komm her. Oh Gott, ey. Ich bin so voll von den kleinen Mistfischern. Ah, okay. Nein, das sind noch mehrere. Ah, 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 geht weg. Ja. Boah, zum Glück. Ich verlangsame mich zu sehr. Oh, ne. Gut, da haben wir die Kombination. Verdammt. Verdammt. Ah, verdammt. Nein, du siehst mich nicht. Hier ist niemand. Erledigt? Ja. Ja. Ich erledige die jetzt mal einfach abwechselnd. So. So. Das dürft's gewesen sein. Ja. Ja, Raum geschafft. Ja, sehr gut. Ey, die Zombies. Ich hoffe, die Zombies kommen einfach nie wieder. Ja. Ich hoffe, die Zombies. Ja, das ist nicht so. Nein. Hein. Erwischt. Sehr gut. Da kommt noch der eine hier Also ich muss schon sagen, dass diese Ebene, die wir jetzt gemacht haben, schon deutlich schwieriger sind als die 30, die wir davor gemacht haben Das sind auch noch unsichtbare kleine Viecher Komm doch her Jawohl, treff deinen eigenen Mitkämpfer Oh, sehr gut, das ist auch einer von denen erledigt So, du und der Grüne noch daneben dran Sehr schön Oh, es geht nicht weiter Ah, da ist noch einer Jetzt habe ich ihn Oh, wann haben wir denn endlich mal die Hälfte geschafft? Ich hätte wirklich mitzählen sollen Ich weiß mal schon, wenn wir die Hälfte mal erreicht hätten Oh, toll Oh, wie ist denn das? Oh, wie ist denn das? Nein, jetzt habe ich... Jawoll! Ah, im Licht kann mir das nichts anhaben. Das ist... etwas, was ich mir merken muss. Hau drauf! Das ist mies. Hau drauf! Ja, geschafft! Jawoll, wir haben die Hälfte wieder. Oh Gott. Tut so gut, wenn man die Hälfte mal geschafft hat. Und es gibt noch so viele Rubine. Ich glaube pro Krug sind 100 Rubine drin. So die letzten 10... Oh Gott. Die letzten 10 Ebenen wollte ich grad sagen. Was? Was ist das? Nein! Jetzt war's. Das war's. Sehr schön. Noch 9. Diesmal zähle ich mit, weil ich... W-w-wissen wie lang's dauert. Noch 9. Ja. Die fiel auf einmal von einer Sorte. Oh Gott. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich überfordert. Ach, Scheiße. Okay. Okay, 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 okay. Das meine ich. Jetzt muss ich wirklich nacheinander abarbeiten, oder was? Ja, rote Schleim. Vielleicht nur noch blau ist und das scheiß... Schleim, was... sich verhärtet. Vielleicht wieder Energie, ey. Okay. Das war mal ne gute Idee. Genau der hier wieder mit seinem blöden Schockding... Wird nicht getroffen. Gott, haben wir Energie verloren. Das war ja mal krass. Ähm... Benutzen wir mal die... die Suppe von der Oma. Um wieder auf volle Energie zu kommen. So, noch 8 Ebenen. Ah, die Ebene war wirklich extrem krass. Mit den 3 verschiedenen... Schleimsorten und auch so viele von denen auf einmal. Toll, darf ich jetzt wieder den Knopf da drücken, oder was? So, was fällt dann von der Decke? Haha, witzig. Höig! Was das schon mit Lopfer? Nein! Ah! So viel Schaden! Ah! Schon witzig wie sie einen hier veralbern, wenn man da aufm Knopf drücktaugend... ...kann mal wieviel an sieben macht... ...machja oder so? Oh Gott! Ah! Licht ist aus! Aber vielleicht auch alle... ...verkohlen oder? Ich bekomme schon viel Schaden von solchen kleinen Gegnern... ...machja oder so? So, hast du der letzte? Ja! Oh, sehr gut! Ah, toll! Wirklich toll! Ja! 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 Ich hätte sogar den großen noch erwischt... ... ... Oh, verdammt! ... ... Das ist etwas, was nicht hätte passieren sollen, aber ok Jawoll, immerhin erledigt Zwei von euch Was ist das jetzt? Ich glaube ja Du eben noch Noch weiter her, ja, 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 sehr gut Gut Der Raum, relativ knifflig gewesen Nur die Zombies waren halt etwas schwierig Waren aber zum Glück nur vier Stück, glaube ich Also relativ wenig Ah, nein Nichts, wo man sich mal kurz denkt, ja, das ist machbar Jetzt bekauen die sich selber K.O., das ist auch was So, jetzt ihr Verdammt, ich hab mich nicht gesehen Alter Loll, warum hat der jetzt eine Waffe von den anderen in der Hand So, wir sehen hier diese Säulen, ich glaube mal, die können wir auch kaputt machen Wir haben auch mal bei einer Triforce-Karte Ja, die hinterlassen aber nichts, das ist normal Weil wir hier mitten in den Ebenen sind Schade, ein bisschen Gold wäre jetzt auch gut getan Toll, toll Einfach nur großartig Ich hab keine Pfeile und das ist etwas schwierig jetzt Boah, ich will nicht so viel Schaden haben Ich hab Bomben Ah, Bomben bringen mir nicht viel Ey, das Feuer, das ist so nachträglich, so viel Schaden Ich würde jetzt verstehen, wenn das jetzt der letzte Raum wär, aber Das ist er vermutlich nicht So, das war's jetzt mit meinen Mit meinen Pfeilen Mache ich ihn damit Schaden? Ja, mach ich Oh Gott, hab ich Schaden verloren Oh Gott, das ist mies, ja Was ist runter damit? So, blaues Elixier noch genommen Wieder voller Energie Boah, ich hasse diese Magier, man Immer wieder Äh, toll, Bomben Bomben Ah, okay Geht der noch Obwohl die machen's ja mit den Bomben nur mir deutlich schwieriger Aber wenn ich jetzt so ne Bombe schlage dann Ja Was ist der Kopf? Da ist er Immerhin erledigt, egal Wurde jetzt halt auch von vielen Bomben getroffen Aber hab nur ein Dreiviertelherz verloren Ist noch vertretbar Vier Stück Ihr wollt mich doch wohl Einfach nur verarschen Oh, ich sehe schon Ja, ihr wollt mich wirklich verarschen Dann verarschen ich euch auch Gott, ey, seid ihr witzig, Leute Hm Hm Ich bin ja kotzen Deiner hat sich wieder hingestellt Meine Schuss Wohl, haut euch einfach selbst K.O. Haut doch drauf Ey, Leute Das ist doch nicht normal Ich hab dir keine Lust irgendwie mal weg zu gehen nach Hause oder so Ich hab mich auch mal um die anderen kümmern hier Ist ja gut, wenn mal einer von denen sterben würde Ist ja gut, wenn mal einer von denen sterben würde Ab Schlaglösch Ab Schlaglösch Na los Ey, ist so lächerlich, meine Güte Ajo, klar Aber was kann ich denn bitte auch schon großartig gegen vier von denen ausrichten Also wenn das nicht der letzte Raum ist, dann glaube ich Schaffst du So viel Aufwand für ein Herz-Teil So viel Aufwand für ein Herz-Teil Muss ich auch mal überlegen, ob man das macht So Einfach nur das, was ihr wolltet Äh, verwirrt, verwirrt, verwirrt hinter dir Guck, eins gegen eins könnt ihr nichts machen, ne Naja, auch sonst viel zu einfach für mich, wenn ihr eins gegen eins auf mich drauf gehen würdet Guck, eins gegen eins Geschafft Das war anstrengend Ich bin auch extrem blöd angestellt jetzt bei denen War's das? Ja Das war's Herz-Teil Oh Gott Anstrengung pur Ein Herz-Teil Vier dahin, keines mehr im Sinn Das heißt, ein weiteres Herz Yes Och Anstrengung Pur Das war's Ein Herz-Teil Der 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 Vielen Dank.